Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Kant-Videoreihe. Heute sprechen wir über den guten Willen und die Pflicht und Achtung für das Gesetz. Wir klären außerdem die Frage, wann ist ein Wille denn gut? Und wir sprechen über zwei Handlungsarten Kants und wir sprechen über Handlungen aus Pflicht für das Gesetz. Los geht's! Beginnen wir als erstes mit dem guten Willen. Eine Beurteilung einer Handlung kann als gut oder böse erfolgen bei Kant. Kant unterscheidet also jede Handlung als gut oder böse. Ausschließlich danach, ob der Wille dem kategorischen Imperativ zu folgen gegeben ist. Also wir haben eine Handlung und diese ist gut oder böse. Und Kant entscheidet ausschließlich danach, ob dieser Wille vorhanden ist, dem kategorischen Imperativ zu folgen. Ganz kurzer Exkurs zum kategorischen Imperativ, den wir aber in eigenen Folgen noch ausführlich behandeln. Der kategorische Imperativ ist ein unbedingt gültiges ethisches Gesetz, ein sogenanntes Pflichtgebot. Und der gute Wille, das ist für Kant ganz zentral, dass dieser bereit ist, dem kategorischen Imperativ zu folgen. Das heißt, nur ein guter Wille, dieser muss vorhanden sein und dieser kann ohne Einschränkungen für gut gehalten werden. Alle anderen menschlichen Eigenschaften werden aus dem Bereich des absolut Guten ausgegrenzt. Das heißt, wir betrachten nicht die Folgen einer Handlung, denn diese dienen der Beurteilung, sondern wir betrachten alleine das Wollen und das ist an sich gut. Nochmal ganz kurz den guten Willen zusammengefasst. Wir brauchen einen Willen, dem kategorischen Imperativ zu folgen. Die Folgen einer Handlung sind irrelevant. Nur das Wollen, das ist an sich gut. Nun geht es weiter zum Pflicht und der Achtung für das Gesetz. Wann ist überhaupt ein Wille gut? Zur Beantwortung dieser Frage unterscheidet Kant zwei Handlungsarten. Zum einen durch die Pflicht bestimmter Handlungen und zum anderen durch unsere Neigung bestimmter Handlungen. Dazu zählen Triebe, Bedürfnisse oder Interessen. Diese sind immer subjektiv. Es gibt keine allgemeingültigen Regeln für das Handeln. Diese sind nicht möglich. Es gibt keine allgemeingültigen Regeln für das Handeln. Das heißt, jede Triebe, jedes Bedürfnis, jede Interessen sind immer subjektiv. Aber das ist ja klar. Also, wir haben eine Handlung aus Pflicht und diese ist durch die Achtung vor einem objektiven moralischen Gesetz bestimmt. Die Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Bei weiterer Entfaltung des Pflichtbegriffs geht Kant von bestimmten Fähigkeiten der menschlichen Psyche aus, die hierarchisch geordnet sind. Als erstes sind das die Begierden und die Neigungen. Diese machen das untere Begehrungsvermögen aus. Und dann haben wir als zweite Ebene den Willen. Der Wille, soweit er durch die Vernunft bestimmt wird, ist dieser ebenfalls Teil des oberen Begehrungsvermögens. Fassen wir also nochmal die wichtigsten Dinge zum guten Willen und der Pflicht und Achtung für das Gesetz zusammen. Erstens, nur ein guter Wille kann ohne Einschränkung für gut gehalten werden. Und zweitens, zur Beurteilung des Willens können nur Handlungen aus Pflicht herangezogen werden. Spannende Thesen, die Herr Kant hier hatte. Im nächsten Teil dieser Videoreihe schauen wir uns die Herleitung und die Grundlagen des kategorischen Imperativs an. Einfach hier links klicken oder auf den Link unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, alles Gute und ciao!